Hallo und herzlich willkommen liebe Skopo-Nennt-Moddy, die es noch werden wollen. Auf zu meiner linken ist Paddy und zu meiner rechten ist Danny, sag mal hallo. Klick auf! Hallo! Yay, und mir gegenüber ist keine Ahnung wer das ist. Ähm, kommt hier überhaupt noch jemand rein? Ja, wir spielen, wie ihr seht, nichts, gerade. Aber wenn es losgehen würde, dann würden wir theoretisch Montagsmaler spielen. Ähm, ja. Oder auch bekannt unter Guess It. Ja, Guess It. Test. Test. Wer war das? Wir sind jetzt... Hey, wir sind jetzt... Boah, du darfst nicht plötzlich hier nicht reingehen. Ey, ey, dieser komische Typ, der hat sich jetzt auf einmal hier hingestellt. Ja, bei mir auch, dieser, dieser Typ ist. Ja, ja, das eine ist frei, das eine ist frei. Zum Beispiel... Wie los, ich wette, ich bin der, der als erstes drin hat. Du warst schöne Schuhe. Hey, danke. Oh cool, du hast ein Herzchen unter Hosen. Nein. Nein. Habe ich nicht. Habe ich nicht, nein. Was ist das da? Da, 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 da. Da. Schild. Ja, also wir haben viel Spaß auf... Was steht denn auf dem Schild drauf? Ähm... Ja, er will jetzt jetzt schreiben, was sein Wort ist, oder wie? Das habe ich schon mal gemacht. Auf dem Schild schweigen. Was soll denn das jetzt werden? Notch. Wie will man den Notch machen? Oh, nee, warte, stopp. Busse ich. Ähm... Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hallo. Was ist das? Ja, da musst du mal aus der Arena rausziehen und einfach weggehen. Tschüss. Genau. Okay. Ja, also, ich mag... Ich mag Kekse. Oh, gut. Okay. Ähm... Was hatte ich nun mal? Achso. Kekse. Nein, okay, was hat das? Was ist das? Ähm... Nur fünf Sekunden macht. Hä, was nur noch fünf Sekunden? Was ist das? Was ist das? Was soll denn? Keule. Ja, ich habe zu tun. Wuhu. 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 Wie sollst du schon drei Punkte? John Löhre erkennen so was. So. Du kannst nix. Also, du kannst nicht scheißen. Ach ja, scheiße. Ich wette, ich bin jetzt dran. Oh, wie mache ich das? Mit einem Dispenser oder so? Na schon. Oh, ich bin dran. Was? Oh, ich muss was ganz Tolles bauen. Was denn? Hat mir gerade... Was? Ein Schiff? Aber noch nicht schreien, warte. Ja. Keule. Keule. Ah ja, Schiff. Ich würde mir jetzt niemals wissen, wie ich ein Schiff machen sollte. Schienen. Was sind nachgedrückt? Bei Schienen, da würde man einfach nur so Maschinen hinsetzen. Ja. Oh, aber ich bin dran. Das ist ja gemein. Was war das? Nee, da hat jemand gesagt. Was? Hey, fliegt mal auch bei Gönig der Hammer. Wie die aller Anbocken. Das ist nicht scheißig. Tööö. 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 Töööö. 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 Weil ich ehmacht. Töööö. Ich gehe mal unseren Raum hier. Na, hallo! Ich kann auch runter. Ich bist hier. Ich bin hier gegenüber. Ach, hallo. Ah, hallo! weggemacht das ist von dem und er hat das ist black und nein und auch Gott die Farbe kann und es ist nicht wahr ja mein ich ja und demnächst auf englisch als du am meisten auch ist auch schnell ich bin auf die solle ich auf dem ersten Platz so lustig er war es nicht auch schon nicht mehr in der Karte um der Hälfte ich bin ja gerade mal Flusser aber ich weiß was es ist das ist Kies genau nein ist es nicht Kies nein es ist weg ach man warum schreibe ich groß das mache ich auch Haar Street Road ich kann es auf Deutsch schreiben ja I know I don't know I am an bei der German mein englisches Beinemann Strasse Strasse ja genau House wir hatten da Pat das jetzt erraten hä ja Pat sag mal ja also so ein Thron eine Treppe oder so keine Ahnung Staircase Stairs I don't know Dead End oh nein ach Leute ach nee also alle die letztes Mal in der Folge mir zugeguckt haben wie man Dead End malt so malt man Dead End eigentlich eigentlich also sagt das hier wie glaube ich heißt das noch also das müsst ihr jetzt herauskriegen warte so wie gestern ja genau guck das Zeug hier ach ich kann das nicht werfen wieso kann ich das nicht werfen hab's Brot ja Mann ich bin ich bin nur auf dem dritten Platz voll unfair ich bin auf dem jetzt bin ich auf dem dritten du bist auf dem zweiten nein ich weiß es nicht es ist Brot es ist Brot oh Gott habt ihr das gehört ja was das muss ich eigentlich nur das so richtig Unfröhnen passieren einfach trinken mittendrin was macht denn der noch verpiss dich äh White House I don't know maybe ja toll ich kann nicht sehen ne Matsch Auge ah das kenne ich das habe ich schon mal gesehen das ist äh ja das hatten die doch gestern schon gebaut was war das noch ähm ja keine Ahnung ja genau was weißt du es weißt du es Zuckerwarte Ach nee in Lolli Klopp Lolli 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 Klopp Ach nee das ist ein ein was denn 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 was das war das war das war das war das war das war denn das ähm Gott ich wusste ich auch Mann das war das war das heißt Handel sehr und ich muss das mal beim bauern vom bauern vom bauern vom bauern vom bauern vom bauern vom und bauern der das auch ein bauern der das bauert der ausgabt ja ich denke ich muss aufräumen weil das für uns keiner weiß nicht automatisch abgaben probieren Prozent sucht die Kräfte in die jahre das ist das ja da muss alles auf Englisch weil du es nicht eingestellt hast ich habe auch auf Englisch eingestellt der eben deswegen muss da alle schreiben in Englisch mal ein guter Englisch hat uns in der Mitte ich habe schon ein bisschen mehr was ist das denn Richter Ja, das auch schon. Trichter? Nee, ist das nicht. Ist das nicht irgendwie Leuchtturm? Das hatte ich auch schon. Ah ja, das ist... Beacon? Das hatten wir gestern, glaube ich, auch. Herz? Nee, das ist... Oh, das ist ein... Ein Onion... Oh, wie heißt das noch? Ach, scheiße. Können Sie einmal ein Schild schreiben, wo draufsteht, was es ist? Diamant trinkt. Was? Was ist denn das? Kristall? Nee. Nee, und... Ups. Diamant Sexte. Wieso hatten wir das jetzt raus? Die sind 100% in Skype. Wir machen sowas. Wie auch? Naja. Ich weiß es nicht. Skype. Das war doch Kristall! Ich hab's nur falsch geschrieben. Nein, warum hab ich das nicht geschrieben? Doppel L. Shit. Ich hab's nicht gesagt. 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 Okay, Keks, ähm... Was könnte das sein? Das ist eine Metallwand. Eisen. Metal... 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 Ähm... L... K... W... Oh, verpiesst ihn! Eine Eisenmauer oder so. Oh, verpiesst ihn! Okay, fang... Iron... 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 Block... Block of Iron... Iron... Block... Block of... Block of... Okay, jetzt ist es irgendwie... Oh, was ist denn das? Jetzt ist es irgendwie was anderes plötzlich. Jetzt ist es... Ja, es ist ein Penis. Nein, das ist es nicht. Es ist... Eine Dose, was sah daran aus wie eine Dose? Ja, die... Entweder spielen die öfters hier drauf. Oh, Junge! Herr Kohler drauf. Ja, genau, das ist, wenn du öfters spielst, dann kennst du nämlich so die Wörter schon, dass... Ja. Ähm... Ich war hier zuerst. Das von Mikrowelle Baumstammhaus, Million. Guck, die wissen alle schon die... Hä? Guck. Ja, klar, der übelste... Was ist es? Er... Er... Er geht zu... Er geht zu weit in die Luft, ich sehe es nicht. Jetzt geht er aufweg. Toll. Keks! Nothing. Keks! Was ist es? Keks! Cookie, oh Gott. Ach, jetzt habt ihr schon gewonnen. Zweite Runde? Ah, ich muss auch irgendwann Abendessen. Wie? Ich muss mitten in der Aufnahme Abendessen. Ach ja. Ach, scheiße. Ähm... Jetzt kommt eine Runde noch, oder? Das gibt's nicht. Ja, also wir hängen eine Runde dran und sagen, äh, bis gleich. E.B. Hallo und herzlich willkommen zurück. Äh, wir haben ganz schnell wieder aufgenommen, weil das Spiel in 100 Sekunden schon losgeht. Äh... Ja, ich bin hier gerade bei der Taddy. Yeah, das war's. Da mir gegenüber, uns gegenüber ist Dany wieder. Ich kann ja mal darüber gehen. Yay. He, wisst ihr was? Nein. Da, das ist Dany. Und da, uns gegenüber ist jetzt Paddy. Oh, ja. Hallo. Als, wieso ging das jetzt nicht? Ich bin auf Multicube nett gebannt. Ah, Multicube da, von da ist das letzte Yoshi-Video, das Yoshi erklärt. Okay, es geht los mit nicht Paddy und nicht Dany und nicht Fabi, sondern... Mit... Unfair. Ja, unglaublich. Incredible Luke. Luke, falls du das hier siehst. Luke, if you're watching this, despite the fact you might... I don't know. Ah, nevermind. Hä, was? Und jetzt auf Deutsch noch? Aber auf Deutsch übersetzen, bitte. Was ist denn das? Das ist, ähm... Stairs. Ne. I tried stairs to work. Was soll es sein? Keine Ahnung. Wave, es ist Welle, 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 Welle. Yay! Geiler. Weil, du hast nur erkennt, dass das eine Welle ist. Hä? Ja, es ist blau und es, äh, ging da so um die Ecke. Ach, man musste Wave schreiben. Warum hab ich das jetzt auf Englisch? Ach, Wellen. Wer ist es? Cots and Creeper. Ha, du Scheiße. Ich bin nicht schon wieder. Ah, Cots and Creeper. He, der sieht so angekotzt aus auf dem Kopf. Ähm, das ist jetzt eine weiße Welle. Herr Sperma. Ja, genau. Ich sehe nichts. Der TNT, eine halbe TNT gesucht. Ach so, doch keine Kotze, okay. Sieh. Das ist ja so, dass sie daran gehen. Nee, das konnte man nicht sehen. Nein, mein Stuhl steht auch mein Headset-Kabel. Oh, das kenne ich. Ah, scheiße, mein Gesicht. Ähm. Also da ist es nicht. Ähm, das Schnee. in der Englisch um das kann es noch sein A ich soll es sein weißer Regen h abgabt haben auch noch so leute heutzutage kommt auch auf dort und dann spitz und auf Wasser sind es ist aber nicht sei auch Steam? Steam, Smoke, I don't know. Could have been, but... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Als du so scheiße hast, hab ich nur Nebel. Was denn? Ach, Manu. Hagel. Oh, toll, jetzt haben wir alles durch Schnee und Regen und Wolken und Nebel. Aber kein Hagel. Oh, Hagel, das musst du mit Eisblöcken bauen. Krieg manchmal bin ich sehr enttäuscht von anderen Menschen. Seht ihr mich? Ja, da, ich sehe dich, hallo. Okay, ich hab nämlich Spieler ausgemacht. Als Dosis ist es nicht so. Immer noch, es ist so so. Ja, wenn das dann wieder zu bauen. Toll, jetzt noch Knöpfe dran. Trisor, es ist Trisor. Ja, oh, ja. Yes, safe. Auch man, warum bin ich wieder, zweit, äh. Warum, was hat er da drüben hingebaut noch? Da drin war Gold, hab ich gedacht, das fand ich so. Richtig schlau, Bub, alle, ja, ne. Übelst du mir, also, geil, total oberhaupt. Ach, der hat da noch ein Ding hingemacht. Ja, das ist gut. Ach, ich will auch Lucky Piep. Luki, ich komme mal zu euch. Luki, Lucky Piep. Ey, wie viele Leute hier in der Reihe stehen. Kommt zu uns, kommt zu uns. Wie, protestieren, auf. Ich seh alle sofort. Ja, so. Oh, genau, das, 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 das mein Lieblingsbild, absolutes Lieblingsbild von der Demo. Da hat jemand so ein, so ein großes Schild, so ein großes Banner und da steht drauf, ich bin so wütend, ich hab sogar ein Schild dabei. Was ist das? Wir heißen von Mario diese Röhre. Ach ja. Ach ja, das wäre ja grün. Stimmt, aber, was könnte das sein? Flowers? Power? Und? Was ist das? Also, so ähnlich sieht das Dach von meiner U-Bahn-Station aus, da ins Nachtwald. Allerdings von unten, natürlich. Morgen. Weihnachtsstern. Alter, was, auf was kommen wir heute heutzutage? Schneeflocke, was sieht Dach aus wie eine Schneeflocke? Weihnachtsstern. Nee, wie heißen dieser Typ im End, äh, im Nether, dieser komische Feuer... Ach, Gas, nee, ähm, ähm. Nee, dieser Feuerwehr. Ja, ich weiß, ähm, scheiße, wie heißen die... Komm gleich! Oh, nee, jetzt muss es weg. Äh, nein. Doch. Nein, ich muss, ich muss auch gleich weg. Ach, Mann, ähm. Oh, wie heißen die Dinger? Wither, Gas. Ja, und dann die gelben Teile. Ja, die gelben Teile. Ja, die gelben Teile. Wirst du gelben mit diesem Abend oder die Feuer werfen? Ja, ach, ein Bienenstoll. Nein. Aber der war schon ein, der war schon gut gemacht. Ja, aber der war schon ein... Ich muss weg! Schuss. Schusses. Das ist auf der Kanzlerin des Kurses. Da ist mir gleich wieder da, oder was? Da war es nicht. Ich habe... Ich nehme mit deinem Account weiter, okay. Ja. Bei euch gehts auf dieses, dieses Podest. Dr. Rosner Paul, der Papst. Oh, du hast mich verlassen. Tschüss Ach, Enderman, oder? Enderman Ähm Ähm Tebo Obwohl ich ihn ja aus Holz machen würde eigentlich Bist du noch da? Jaja, ich bin da Ah, gut Kamin Kamin Was hat denn der da eingebaut? Ist das kein Kamin? Nein Nein Chim, 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 Chim Okay, das ist ein Fünftes Das ist scheiße Ich war da nur der Beste Na noch Was ist da? Ach so, ist das vielleicht eine Was kann das noch sein? Es ist, ähm Ach, das hab ich schon mal gesehen Ein Bonbon Nein, keine Ahnung, ich weiß da nicht, wie es aussieht Ah, was ist das dann? Nein, das ist im Ernst Da muss man einen Pfeil oder so dran machen Puh, weg Da braucht er erstmal eine halbe Stunde, um sein Schlot da zu bauen Und dann macht das Steam so in alle Ecken, in alle Himmelsrichtungen weg So, was könnte das Was macht der da? Das ist aber nicht ein Neuenkörper, ne Das soll ich bei meiner nächsten Runde einfach das, was ich grad geschrieben hab, malen Wow Was wird das denn gerade? Oh, ich bin Pill Ah, wie Ich soll ne Pille, ne Tablette Dein Ernst? Ähm Ja Wie kann man denn auf Pille kommen? Ja toll, finde ich das auch nicht Wie will man denn so ne Pille bauen? Da musst du so ein Schild schreiben und da Pille reinschreiben dann Ne, irgendwie Acidol oder sowas Ja, genau So Oder ne Oh, hier so, 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 ähm Ratiofarm, die, was, was ist denn? Ähm, wie heißt das noch? Äh, scheiße Was denn? Farbe Was denn? Oh, ne Ein so kurzer Name hier für, ähm Für, für Tabletten und so Warte Da kommt ja alle drauf Okay Penis Das ist Aber wie hieß denn das Teil eigentlich nochmal? Es ist ein Zeichen So viel sag ich Ah, Question Mark? Ah, nee, Sparkasse? Ne Nein Oh, Fragezeichen Ah, doch, Question Mark Das ist doch voll geil, einfach Question Mark, ah, scheiße Sag doch einfach Fragezeichen Ich bin auf dem zweiten Platz, Fabi Ja, ich bin auf dem dritten Platz Ja, ich hab dich überholt Boah Ja 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 Ich will auch so eine Herzen unter Hose damit Kennst du auch dieses Kraken? Kraken Ja Ach ja Ja Alle, die es kennen In die Kommentare schreiben Alle, die es mögen Zweimal in die Kommentare schreiben Und dieses Video sowieso Alle liken, die es gucken So, ähm Co, was soll das sein? Kotz, ne Kopp Nein, nicht 5 Cent Nein, nicht Kopp Ja, wenn es Korken heißen soll Das ist es aber nicht Ja, was ist das? Ah, Korkenzieher Korkenzieher ist es Ah, danke Was sollst du malen und nicht hinschreiben? Diese Jugend heutzutage, gell? Elige mal, dann nimmst du ein paar Paar, Paar, äh, allen Blöcke Dann malst du Du hast gewonnen So eine Schraube und ich hab gewonnen Oh cool Ah, du bist Zweiter Oh yeah Ne, Dritter bin ich Bei mir bist du Bei mir bin ich Dritter Bei mir bist du Zweiter Das bringt mich halt unbedingt mal nach Survival-Welt Tschüss Okay, also wir hoffen, das hat euch gefallen Äh, liked dieses Video, wie gesagt Äh, abonniert uns Komponiert uns, falls ihr es noch nicht getan habt Schreibt in die Kommentare Von meiner ist es schon mal aus, tschüss 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 Schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes irgendwie sehen wollt Ja, ganz wichtig Weil wir sind ratlos, was wir mit euch anfangen sollen Naja, vor allen Dingen wollen wir natürlich euren Wünschen gerecht werden Und, ja Das ist ja das Wichtigste Wir wollen nicht die ganze Zeit so Scheiße bringen, wie Jo, also ich mal Kekse Und irgendwie solche Kurzfilme Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was wisst ihr auch Schreibt in die Kommentare Also dann Und wenn ihr wisst, wie dieses gelbe Viech heißt aus dem Meer Dann schreibt auch in die Kommentare Wie dieses gelbe Viech? Ah, dieses ist eigentlich, ich sag's dir gleich, warte Ich bin immer kurz auf, ne? Tschüssi Ciao Und mein Minecraft ist abgestürzt Mein stürzt, glaub ich, grad auch ab Also dampf ist es nicht Ich bin immer noch ein bisschen